er gab kein Bild das sind wir Themen vor allem in Ordnung wird sie seit dem Runde Söder bei der Achtung nur nur das lustige ist meine Spur die ich hier hinten habe bei diesem Kiefer Heiltyp Spielsülle mit Metal Musik habe oder so eine Rockmusik was und mit dem Zettel mit dem Wettbewerb mehr als worden die Sonnenberg haben ein Wirbel in den Weg des Balles und gut gemacht wenigstens müssen wir es und die die Kürze war die Zutaten die Brunnen ich sage ich habe in der Zeit gehalten ist ja die Hälfte wie ist weil ich nicht aus dem Tor aus kann weil ich mich wieder festgehalten habe an der Decke Altbühne nein die im Prozent und ich muss sagen dafür dass er so komisch aussieht steuern es ist und diese Box er will ich habe nicht gewählt werden zu spielen den oder so Männer herrlich kommst du denn da drauf Prozent und bis jetzt scheint die Hedbox ganz gut zu sein folglich in den hochgelegt aber es hat gelegt ist immer noch was sondern nicht wieder im tor das ist meine schwachstelle was wenn sie vorlegt nein wenn ich ins tor teleportiert werde ich komme mir nicht raus aus dem tor ich fahre dann immer eine decke lang gut zu wissen dass deine schwachstelle ist und eine wir spielen nie wieder gegeneinander aber mein bus ich gehe dran gut an mich kommt schon klar der stachel passt richtig gut zu diesem komischen auto aber auch die die mitte zu tun er hat sogar eine freundin ich auch so ein freundin befreundet auf dem Motto Jungen Fels doch cool er hat einen Ballon Dings die Bühne und wieder auf die auch gehen der Hose und immer dieser Lärm und ich bin in der Hose Kassel oder Nachbarn und hier ist so voll reingejammt ja so lang aber das motorgeräusch muss ich von dem käfer ändert hört sich so schrecklich an als wenn du so ein auf seine aufziehspielfigur hast ansonsten steuert er sich ganz gut nein da wurde jemand teleportiert das war ich kann ich trotzdem nicht machen über 30 und wie du mir und jetzt reichen auf worden die Führung das ist ein Problem in einer Ort lässt die Leute reden und von den Erzten die Erzten es ist ein Schreinach-Liebe von den Erzten nein weil es nur ein stummer schreien nach wie das was das ist tatsächlichkeit du hast nie gelernt dich zu artikulieren damit keiner mehr was für ein lieber Kärn und Kirstow Arschloch die Garten machen kann richtig gut sieben wir machen eine Band auf kann jemand auch Musik spielen oder können wir alle wussten Stiftung Gitarre spielen das war's in Proben kannst du schon mehr spiel gut wenn du sie wieder ist eventuell oder bis zu Klavier guter brauche noch irgendwie wie die Schlagzeuger Prozent du musst Schlagzeuge leeren warum haben wir festgelegt wenn du mitspielen willst bei Orkett liegt du bist wirklich sau dumm darum geht's hier gut das ist deine Alkutier ich wurde weggeschleudert alles muss man nie erklären weil du wirklich glaubst es ist wahrscheinlich nicht dein Mann was Attitüde heißt deine Gewalt ist nur ein ah deswegen er hat so'n blöden Pieker gehabt den hätten wir eh nicht so leicht weggekriegt von ihm bei einer Sprenger Stiefel sieben sich nach Zärtlichkeit du hast nie gelacht ich hab' ups es war zu hoch Benkarat ja ich glaube kennt sie über sieben Brücken ja das ist eigentlich die Forderung ich finde das aufgeteilt sind nicht in das Tor Nein Nein ich habe einen Gegner weggehauen Nein nein Weg gut wer auch immer den gerade hatte das war ich da musst du die Asche sein ja ich komme mir nicht rum weg einmal auf der Helle das war aber ich sie ein bisschen ja auch ganz so ruhig das ist das an die Wiener da weg und nicht sehr gut sein gut zu sein keine Ahnung nicht mehr ist nur ein die in der Sprache ein schön ja manche Sachen vor dem hier vom Karussell 1 fortgehen Nee, das sagt mir gar nichts. Ja, mir auch nicht. Karussell kenne ich bloß vom Weihnachtsmann. Ach, ist schon ein Ende? Hab ich gar nicht gesehen. Was? Ich habe einen Kuchen bekommen von Portal. Oh ja, ich habe eins bekommen. Voll nicht. Aber ich will kein Cake-is-a-Lie. Der Asphalt heißt Der wieder um Geht ihr aus um jeden Preis Was sie weiß